Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, kein Wärmekissen anzunehmen bei Wann am Coven, auf der Insel von Dorne an dieser Stelle. Vor Quest war eine titanische Expedition. Wir sollen jetzt 12 Govlogs töten. Und das sind sie auch schon, diese Bieste. Dahinten sind noch mehr. Das hier ist das Questgebiet, also fast so groß wie die Insel. Fünf und zwölf habe ich schon. Hier ist nur ein einzelner. Sechs von zwölf. Ist da oben vielleicht ein großes Lager? Oh, hier sind einige. Ich brauche hier noch sechs. Zwei, drei und sechs. Okay, jetzt habe ich mehr gepullt. Was soll's? Quest ist fertig. Ich verschwinde. Na? Bin im Kampf verwickelt. Mit was? Mit diesem hier vielleicht? Nicht nur im Kampf verwickelt. Sehr gut. Quest ist dann abzugeben bei Wann am Coven, auf der Insel von Dorne an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao! Ciao!